Was wird die Möglichkeit geben, wenn Menschen sich vor Ort finden, die sagen, uns ist es wichtig, dass wir das pastorale Leben in unserem Dorf, in unserem Stadtteil koordinieren, über das Kirchenjahr hinweg die Dinge initiieren, die uns am Herzen liegen, dass man ein Team bildet. Und dass dieses lokale Team sich verschiedene Aufgaben gibt im Sinne der Koordination und Zusammenführung und auch der Organisation, um dann in dem beschriebenen Gebiet, für das sie zuständig sein möchten, das auch in die Hand zu nehmen. Dieses Team ist dann kein Fahrgemeinrat mit einer Ordnung, aber es kann auch durch Begleitung der Hauptamtlichen und in Zusammenarbeit mit dem Rat der Pfarrei gewisse Verbindlichkeiten erlangen. Die sind dann vor Ort miteinander zu besprechen und auszuhandeln. Die sind dann vor Ort miteinander zu besprechen und auszuhandeln. Die sind dann vor Ort.